Bilanzen, Prognosen und Potenziale. Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger stellt auf der diesjährigen Bilanzpressekonferenz die Entwicklung der R&V-Versicherung vor. Zusammen mit seinen Vorstandskollegen blickt er auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Der Wiesbadener Versicherer kommt auf ein Beitragsvolumen von 16,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 4 Prozent. Norbert Rollinger zufrieden. Wir sind intensiv in die Umsetzung von Wachstum durch Wandel eingestiegen. Und trotz schwieriger Rahmenbedingungen, heißt auf den Kapitalmärkten und teilweise auch bei den Schäden, haben wir ein zufriedenstellendes, planmäßiges Ergebnis erzielt, sind weiter gewachsen, haben Marktanteile gewonnen. Insofern bin ich sehr zufrieden mit dem Jahr 2018. Die R&V konnte überzeugen, auch bei den Versicherten. 200.000 Neukunden haben sich im vergangenen Jahr für den genossenschaftlichen Versicherer entschieden. Weitere attraktive Angebote sollen neue Kunden begeistern. Mit Produkten, persönlichem und digitalem Service. Dabei im Fokus eine intelligente Digitalisierung, die Weiterentwicklung der starken Unternehmenskultur und eine nachhaltige Sicherung des Wachstums. Der Kunde steht weiterhin im Mittelpunkt. So kann der Vertrieb nach wie vor erfolgreich sein. Auch für 2019 ist Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger zuversichtlich. Wir sind sehr zufrieden mit dem Jahresstart. Wir haben Wachstum in allen Bereichen. Wir werden hier auch wieder Marktanteile gewinnen. Und es sieht nach einem guten Jahrgang 2019 aus. Zum Erfolg beitragen sollen neue Produkte und Leistungen. So sind alle Einkäufe über 250 Euro, die Genobank-Kunden per Karte zahlen, fünf Tage lang über die R&V versichert. Alle Versicherungen auf einen Blick gibt's im VR-Versicherungsmanager. Hier kann der Kunde seine Verträge, auch von anderen Anbietern, vergleichen und bei Bedarf an die jeweilige Lebenssituation anpassen. Nicht nur auf der Produktebene, sondern auch als Arbeitgeber ist der genossenschaftliche Versicherer gefragt. Mehr als 15.600 Mitarbeiter gehören dem Unternehmen an, 274 mehr als im Vorjahr. Diesen Rückenwind will die R&V-Versicherung auch 2019 für sich nutzen.